In einem zum Ende hin doch recht packenden Champions-League-Finale, das viele deutlich einseitiger erwartet hätten, konnte sich Manchester City mit 1 zu 0 gegen Inter Mailand durchsetzen und somit zum ersten Mal überhaupt die Champions-League gewinnen. Im folgenden gibt es meine Taktikanalyse zum Spiel, jetzt mal rein unabhängig von der moralischen Wertung, was City angeht, also wie sie zu dem Erfolg gekommen sind, einfach nur was auf dem Feld passiert ist und dahingehend werde ich euch zeigen, inwiefern sich Pep Guardiola auf der Seite der Citizens gewissermaßen vercoacht, aber dennoch gewonnen hat. Fangen wir an mit der Grundausrichtung, so war es bei beiden die zu erwartende Startausstellung, rein systematisch bei Inter das gewohnte 5-3-2, bei City war es gegen den Ball wie bisher gewohnt das 4-4-2, Wobei Stones eigentlich immer als rechter Innenverteidiger startete, um im Ballbesitz neben Rodri vorzurücken und Akanji als Rechtsverteidiger, um in die Dreierkette einzurücken. Schon beim Anpfiff sah man hier allerdings, dass Akanji direkt rechter Innenverteidiger war und Stones Rechtsverteidiger gegen den Ball und zwar war dies eine Konsequenz dessen, dass Pep die Struktur im eigenen Ballbesitz verändert hat. So blieb sowohl die vordere als auch die hintere Dreierreihe gleich, das 4-Mann-Mittelfeld war gleich besetzt, aber in dem Spiel war es eine Raute statt einer Box. Normalerweise waren es Rodri und Stones auf der Doppel-6 und De Bruyne und Gündogan auf der Doppel-10, wie wir es eben hier sehen können im Spiel gegen Real Madrid in dieser Saison. In diesem Spiel mit der Raute war es aber, wie ihr hier sehen könnt, Rodri auf der 6 für den 3-1-Aufbau, De Bruyne zunächst links als Achter, Stones ist noch weiter wie gewohnt aufgerückt auf die rechte 8 und Gündogan war dann der 10er zentral. De Bruyne links und Gündogan auf der 10 hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert, daher hat Pep die beiden eben in der 22. Minute getauscht und direkt danach kam eben auch die erste Großchance von Haaland, nachdem De Bruyne den Ball auf ihn durchgesteckt hatte. Recht kurz danach hat sich De Bruyne ja ohnehin verletzt und für ihn kam Phil Foden rein, der dann eben logischerweise auch auf der 10 gespielt hat und Gündogan ist dann der linke Achter geblieben. Schon im ersten Champions-League-Finale mit City 2021 hat Pep sich für eine Raute entschieden gegen Chelsea damals und zwar bestand dabei die Dreierkette aus Walker, Diaz und Stones, Gündogan als Sechser, Zinchenko und Bernardo Silva als Achter, Mares und Sterling als Flügel und De Bruyne und Foden, die immer so ein bisschen rotiert haben, also einer war dann meist der 10er und der andere dann eben der Stürmer, also damals noch mit einer klaren falschen 9 gespielt, jetzt 2023 halt eben mit einem klassischen Stürmer mit Haaland vorne drin. Das System jedoch war das gleiche und was noch auffällt ist natürlich die Flexibilität der Spieler, weil da war tatsächlich der ein oder andere Spieler dabei, der damals eine ganz andere Position gespielt hat, wie im jetzigen Champions-League-Finale, wie zum Beispiel ein Bernardo Silva oder ein Gündogan, der von der 6 auf die 10 ist und auch Xavi, der Barcelona-Trainer, hat tatsächlich schon in der Gruppenphase im Spiel gegen Inter mit einem 3-Raute-3 gespielt, wie die Formation eben auch häufig genannt wird und ihr es hier auch sehen könnt. Jetzt stellt sich aber die große Frage, warum spielt man damit gegen Inter Mailand und das versuche ich nun mal so ein bisschen zu beantworten. Zum einen spielt Pep normalerweise bei hohem Ballbesitz ein 3-2-5, um mit den 5 Offensiven eine Überzahl gegen die 4er-Abwehrkette des Gegners zu schaffen. Gegen Gegner mit 5er-Kette haben sie sich öfters eher schwer getan oder Pep hat sich eben eher an den Gegner angepasst. Mit der Raute hatte man so halt eben auch die Möglichkeit, die 5er-Kette mit 6 offensiv genutzten Spielern zu überladen, also wenn man halt eben zu den 3 Offensiven noch den 10er und die 2 8er hinzuzieht, um so halt eben auch 2 gegen 1 Situationen generieren zu können. Um aber überhaupt in den hohen Ballbesitz zu kommen, tat sich City schwer, denn es gab auch einen Grund, warum es aus dem tiefen Ballbesitz heraus Sinn ergeben hat, mit diesem ungewohnten System aufzubauen, das ja vor allem unter Johann Kräuf schon vor Jahrzehnten seinen Ursprung hatte. Und zwar hätte Inter die Box perfekt zustellen können mit den 2 Stürmern an den 6ern und den 8ern an den 10ern. So jedoch hat man Inter fast selbst dazu gebracht, höher zu pressen und schon bei den Innenverteidigern anzufangen, da man mit dem 3-1 Aufbau ohnehin die Spieler schon höher positioniert hat, wie im gewohnten 3-2 Aufbau. Das war aber wohl bewusst so gewählt von Pep, um Inter hinten rauszulocken und so Räume zu schaffen. Zudem stehst du so noch breiter mit dem 4er Mittelfeld, was dann das kompakte 3er Mittelfeld des Gegners eher auseinanderzieht und der generell mehr gute Passwinkel verschafft. Beispielsweise ist das Auseinanderziehen in solchen Szenen recht gut gelungen, und zwar wenn der Innenverteidiger den Ball hatte und dann halt eben der Pass auf den 10er ermöglicht wurde, in dem Fall auf Gündogan, und durch dieses Muster entsteht dann später auch die große Foden-Chance, der sich nach so einem Pass eben überragend auftritt und dann den Abschluss nimmt, aber halt eben nicht gut genug platziert hat. Allerdings hat Inter das unerwartet hohe Anlaufen gut angenommen und wurde mit der Zeit immer stärker. Zudem haben sie das Risiko, dabei ausgespielt zu werden, gut minimiert mit den äußeren Innenverteidigern, was wir uns jetzt genauer anschauen werden. Also erneut City im Ballbesitz, aber jetzt mit dem Augenmerk darauf, wie Inter gegen den Ball agiert hat. Und zwar hatte man vorne die zwei Stürmer, die sowohl den rechten als auch den zentralen Innenverteidiger zugestellt haben. Somit haben sie dann eben das Spiel auf die linke Seite von City gelenkt zum linken Innenverteidiger Ake. Das lässt sich auch in den Zahlen belegen, wie ihr hier seht, City hat sehr häufig über die linke Seite aufgebaut. Dann ist eben Barella vom linken Achter aus eins vorgeschoben, um Druck auf Ake auszuüben, mit dem Deckungsschatten gleichzeitig noch auf den Achter hinter ihm. Somit waren im Mittelfeld noch zwei übrig mit Brozovic und Schalanolu, wovon einer den Sechser zustellt. Daraus folgend hätte man eigentlich eine 3 gegen 1 Unterzahl im Mittelfeld, die man aber extrem gut kompensiert hat. Zunächst einmal konnte sich City durch die aktive und kompakte erste Pressinglinie ohnehin selten ins Mittelfeldzentrum spielen. Falls sie es dennoch geschafft haben, ist auf der ballnahen Seite der äußere Innenverteidiger aus der letzten Kette rausgerückt, auf den jeweiligen Achter, während der Ball ferne Innenverteidiger hinten blieb, um mit Acerbi eine Plus-Eins-Absicherung zu bilden, also dann 2 gegen 1 gegen Haaland, während die Wingbacks jeweils die breiten Flügelspieler von City gedeckt haben. Um es zu veranschaulichen, hier Akanji am Ball, Bastoni schiebt auf Stones, Damian bleibt tief. Andererseits haben wir den Ball bei Ake links, Damian schiebt auf De Bruyne, Bastoni bleibt tief. Durch diese gegensätzliche Bewegung konnte man die Unterzahl im Mittelfeld gut kompensieren, ohne an defensiver Stabilität zu verlieren. Dennoch, wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, bleibt immer noch ein Mann frei, und zwar jeweils der Achter auf der ballfernen Seite. Und da wie vorhin angesprochen City meist über links aufbauen musste, war es eben oft schon Stones als rechter Achter, der auf der gegenüberliegenden Seite frei war. Zunächst konnten sie das aber nicht wirklich ausnutzen, wie in dem Beispiel hier zu sehen ist. Ake passt auf Rodri, der aufdrehen müsste, aber stattdessen auf Ake zurückpasst. Und man achte hier ein paar Sekunden später auf die Reaktionen von Stones, Bernardo Silva und vor allem Pep an der Seitenlinie, die gerne das Zuspiel auf die freie, ballferne Seite gehabt hätten. Nächstes Beispiel hier, sie finden Stones auf der ballfernen Seite, aber wie wir hier sehen können, verspringt ihm dann halt eben der Ball. Ich würde hier an der Stelle noch gerne ein Fazit zur Rolle von Stones ziehen, denn meiner Ansicht nach war er schon so ein bisschen überfordert, weil es halt eben so viele Aufgaben für ihn in einem Spiel waren. Und ich hätte es besser gefunden, wenn man die auf mehrere Schultern verteilt hätte, dann hätte man die Räume offensiv meiner Ansicht nach auch besser nutzen können. Zum Beispiel, dass man eben Walker als Rechtsverteidiger spielt, der die Breite hält, Stones in der Innenverteidigung und Bernardo Silva dann in der Rolle als rechter Achter im Ballbesitz mit durchaus besseren technischen Fähigkeiten. Also nicht falsch verstehen, Stones macht es wirklich überragend in Anbetracht dessen, was von ihm als gelernter Innenverteidiger verlangt wird und er hat auch gute technische Fähigkeiten, trippelt auch gut, aber ein gelernter Offensivspieler ist dann doch nochmal was anderes. Zudem kam es dann so auch zu einem leichten Problem gegen den Ball für City, vor allem in Umschaltsituationen, denn da musste ja Stones von der rechten Acht zur Rechtsverteidigung, wenn sie den Ball verloren haben. Normalerweise hatte man einen 3-2-Aufbau mit Dreierkette und Rotri und Stones davor, wobei letzterer sich bei Ballverlusten nur eine Reihe zurück in die Innenverteidigung fallen lassen musste oder teilweise sogar die Position hielt, da eine 3-2-Restverteidigung auch durchaus gut ist. Da hingegen hat man jetzt einen 3-1-Aufbau gehabt, nur mit Rotri vor der Dreierkette. Stones hingegen hatte eine längere Distanz zurückzulegen und so war man da vor allem bei Umschaltsituationen über die linke Interseite mit Di Maiko anfällig. Zum Abschluss betrachten wir noch einmal das einzige und somit natürlich entscheidende, Tor des Spiels und zwar war das zunächst mal ein zweiter Ball, den City festmachen konnte. Dann hatten sie kurzen Ballbesitz im gegnerischen Strafraum mit Gündogan und Foden, eigentlich so das einzige Mal in dem Spiel. Das war halt eben der Fall, da Inter mit der Zeit zu passiv wurde, vor allem in der Situation. Und es war auch das wirklich einzige Mal, dass man krass Kontrolle hatte, weit in der gegnerischen Hälfte, weil halt eben bei Inter die Intensität nachgelassen hat mit der Zeit, weil City so viel Ballbesitz hatte. Und zwar ist es dann so, dass Akanji das erste Mal ohne Druck wirklich antribbeln kann. Der spielt dann den Steckpass auf Bernardo, der sich im Halbraum befindet und nicht breit, denn der hat in der Situation aber auch das öfteren Mal in der zweiten Halbzeit mit Stones getauscht, dass halt eben Stones außen war auf dem Flügel, wie ein klassischer Außenverteidiger und Bernardo Silva dann halt eben im Halbraum war und seine starken technischen Fähigkeiten nutzen konnte. Und so war es dann eben auch hier. Foden, auch noch wichtig, zieht mit seinem Lauf Czalanullu und Brozovic mit in die Abwehrkette, was halt eben den Platz für Rotri generiert im Rückraum, auch wenn der Ball natürlich letztendlich glücklich dahin abgefälscht wird. Und dann auch noch zwei Interspieler das gleiche Feld vom Tor abdecken mit Czalanullu direkt hinter Damian. Also ist das Tor einerseits durch den vielen Ballbesitz von City gefallen, der Inter ermüden lassen hat, da sie dauerhaft proaktiv anlaufen mussten. Außerdem waren bei dem Tor noch drei typische Muster von Pep zu erkennen, beziehungsweise von seinen Mannschaften, die die Spieler über die Jahre verinnerlicht haben und immer anwenden, egal wie jetzt der spezifische Matchplan für ein Spiel systematisch von der Norm abweicht. Und so war das eben auch hier der Fall. Zum einen hat man zunächst das Überladen einer Seite mit möglichst vielen Spielern, um dort viele Gegenspieler zu binden und die eigenen Spieler auf der anderen Seite zu isolieren, zu denen man dann das Spiel verlagert. Das zweite Muster wäre dann eben die Fünferangriffsreihe, um halt eben die gegnerischen Spieler zu binden, sehen wir eben auch hier. Und zuletzt gibt es dann noch den Cutback. Das ist ein bekanntes Muster von City bei der Chancenkreation, nämlich wie hier ein Pass hinter die Kette, am besten im Halbraum, wonach der in die Tiefe gestartete Spieler den Ball dann in den Rückraum zurücklegt für einen Mitspieler, der dann im besten Fall den Abschluss suchen kann und auch das Tor trifft. Auch wenn dies hier nur sehr glücklich mit einem abgefälschten Pass geschieht, ist es halt dennoch ein einstudierter Angriff, bei dem die Abläufe den Spielern schon unterbewusst klar sind, aufgrund der langen Zusammenarbeit mit Pep. Was jetzt hier gar nicht zur Rede kam, war das Pressing von City, was meiner Ansicht nach einer der Hauptgründe für die wichtigen Siege gegen Bayern und Real war, da Inter sich echt gut befreien konnte aus dem Pressing, vor allem mit Onana, der ein exzellentes Passspiel an den Tag legte, unter anderem durch gute lange Bälle auf die Stürmer, die Ringbacks oder auch Barrella, der sich oft rechts rausfallen lassen hat, da er so mäßig alle Freiheiten hatte beim 3-2-Aufbau hinter ihm. Pep Guardiola hat sich in diesem Spiel meiner Ansicht nach vercoacht, zwar wäre es grundsätzlich ein guter Matchplan gewesen, aber die Spieler waren mit der Systematik der Raute überhaupt nicht eingespielt und auch wenn es vielleicht das bessere Schema gegen das 5-3-2 von Inter ist, so haben sie aufgrund der Nicht-Eingespieltheit bzw. eventuell auch der falschen Personalauswahl für dieses System wenig Kontrolle gehabt das Spiel über, vor allem in der zweiten Halbzeit weniger und schlechtere Chancen im Vergleich zu Inter Mailand, die einen vergleichsweise deutlich schwächeren Kader haben, vor allem wenn man berücksichtigt, wie City die Bayern oder Real Madrid dominiert hat, die von der Kaderqualität schon eher auf Augenhöhe sind, wie das vom Turnierbaum doch eher glücklich ins Finale gekommene Inter. Auch wenn die Citizens in diesem Spiel keinesfalls die bessere Mannschaft waren und wie auch Akanji meinte, eines ihrer schwächsten Spiele der Saison gemacht haben, hat sich letztendlich gewissermaßen ihre individuelle Qualität durchgesetzt in einem Spiel, in dem sie das nötige Glück hatten, welches sie sich aber über die komplette Saison gesehen, rein sportlich betrachtet, definitiv erarbeitet hatten. Das war sie also, meine Taktikanalyse zum Champions-League-Finale 2023. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und wenn es euch gefallen hat, auch sehr gerne ein Like und ein Abo und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!